Hi, das hier ist das Infovideo, das gestern hätte herauskommen sollen, aber ich hatte Kopfweh, also kommt bis heute heraus. Und zwar geht es um noch ein neues Format. Und diese Idee stammt von Sergeant Cody HD. Sein Vorschlag war, dass Zuschauer Theorien einreichen und ich sie dann bewerte. Also ob sie Sinn machen, ob sie gut sind und so weiter. Und genau das werde ich auch tun. So, ihr könnt jetzt unter dieses Video eure Theorien schreiben, also was auch immer euch im Star Wars Universum interessiert. Sie können verrückt sein, sie können sachlich sein, also was auch immer euch in den Sinn kommt. Also, schreibt mir alles in die Kommentare. Und wenn ihr das gemacht habt, hier oben könnt ihr euch 5 spannende Fakten zu Obi-Wan Kenobi anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.